In diesem Tutorial werden wir uns neben Eigenschaften bzw. Orientierung auch ein paar typische Aufgaben für das Vektor bzw. Kreuzprodukt anschauen. Bevor wir mit den Beispielaufgaben loslegen, gibt es ein paar Grundlagen, die man noch in Erinnerung haben sollte. Deshalb schauen wir uns kurz diese wichtigen Grundlagen an. Also, das Vektorprodukt zwischen zwei Vektoren wird mit diesem Kreuz dargestellt. Und wie der Name schon sagt, das Ergebnis von dieser Operation ist eigentlich ein Vektor. Den ich hier als Vektor n bezeichnet habe. Wieso, warum, weshalb das so ist, klären wir gleich. Anhand eines Beispiels wollen wir uns zuerst erinnern, wie man diesem Vektorprodukt überhaupt ausrechnen kann. Also, wir haben hier zwei Vektoren, die wir miteinander über Kreuz multiplizieren wollen. Einer der einfachsten Lösungsschemas ist, diese zwei Vektoren zweimal untereinander zu schreiben. Also, das ist der linke Vektor zweimal untereinander und das ist der rechte. Und die erste und die letzte Zeile wegzustreichen. Oder ihr könnt die Zahlen von vornherein schon weglassen. Als nächstes tut man die rechtlichen Zahlen über Kreuz multiplizieren und voneinander abziehen. Das Ganze sieht dann wie folgt aus. Also, man fängt immer hier oben links an. Und in erster Reihe werden diese zwei Zahlen miteinander multipliziert. Also, entsprechend haben wir dann zweimal eins. Dann kommt immer ein Minuszeichen und dann werden die anderen zwei Zahlen über Kreuz multipliziert. In diesem Fall 3 mal 0. Das Ganze wird dann wiederholt eine Stufe weiter runter. Das heißt, wir haben hier 3 mal 2 minus 1 mal 1. Und die letzte Runde 1 mal 0 minus 2 mal 2. Und am Ende alles zusammenfassen. Und damit haben wir sozusagen unseren Ergebnisvektor oder die Koordinaten dieses Vektors. 2 minus 0 sind entsprechend 2. 6 minus 1 sind 5. Und 0 minus 4 sind natürlich minus 4. Also, das hier wären die Koordinaten dieses Vektors n, was wir oben angesprochen haben. Als nächstes ist es natürlich wichtig zu verstehen, was man mit dieser Rechnung überhaupt erzielt hat. Deshalb reden wir jetzt über die Orientierung von diesem Ergebnisvektor n. Oder über die Richtung dieses Vektors n. Also, die zwei Vektoren a und b kann man sich im Raum vereinfacht auch so vorstellen. Also, so wie unten hier rechts abgebildet. Das sind einfach zwei Vektoren, die keine Vielfache voneinander sind oder nicht kolinear sind. Und dieser Vektor n, was wir gerade ausgerechnet haben, hat eine ganz besondere Lage in Bezug auf diese zwei Vektoren. Es steht zu beiden dieser Vektoren orthogonal drauf. Und jetzt geben wir diesem Vektor n auch einen echten Namen. Der heißt normalen Vektor. Was vereinfacht so viel bedeutet, wie der Norm entsprechen oder im rechten Winkel gemacht. Also, ziehen wir an dieser Stelle noch eine Schlussfolgerung. Und zwar das Ergebnisvektor von einem Vektorprodukt. Das ist ein Vektor, das zu beiden anderen Vektoren gleichzeitig orthogonal oder senkrecht steht. Ein kleiner Hinweis noch an dieser Stelle. Das, was ihr hier auf der rechten Seite seht, ist nur eine Möglichkeit, die Orientierung dieses Vektorsprodukts darzustellen. Also, diese Orthogonalitätsgeschichte darzustellen. Leider, wie ihr gleich bei der ersten Beispielaufgabe sehen werdet, es gibt noch andere Möglichkeiten, die von euch verlangt werden können, die nicht so angenehm sind. Bei der ersten Beispielaufgabe geht es ausschließlich um die Orientierung des Vektorprodukts. Und bevor ich euch die Aufgabenstellung verrate, will ich euch erstmal einen kleinen Trick zeigen, wie man sich dieser Orientierung sehr einfach merken kann. Und zwar, mit Hilfe der sogenannten rechten Handregel. Ihr seht hier die drei Finger, also Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger. Und diese Finger können wir genau die Richtung unserer drei Vektoren zuordnen. Damit meine ich, der Daumen wäre zum Beispiel unser Vektor A, der Zeigefinger Vektor B und der Mittelfinger die Richtung des Vektors N. Und diese rechte Handregel kann vor allem für solche Aufgaben wie diese sehr hilfreich sein. Wo wir gleich sehen werden, die Perspektive ein bisschen seltsam dargestellt ist. Also, ich überfliege kurz die Aufgabenstellung. Gegeben sind die Vektoren A und B in der Zeichenebene. Zum Beispiel bei unserer ersten Teilaufgabe werden A und B so aussehen, wie hier links dargestellt. Beschreibe die Richtung von diesem Vektorprodukt aus A und B durch zwei verschiedene Darstellungen, einmal einen Kreis mit einem Punkt und einmal einen Kreis mit einem X. Je nachdem, ob N aus der Zeichenebene heraus oder in die Zeichenebene hineingeht. Also, spätestens jetzt wisst ihr, was diese Darstellungen bedeuten. Und zwar, ein Kreis mit einem Punkt bedeutet, dass der Vektor aus der Zeichenebene herausgeht. So, in der gleichen Reihenfolge. Und ein Kreis mit einem X bedeutet, dass der Vektor in die Zeichenebene hinein zeigt. Und eine kleine Anmerkung noch an dieser Stelle. Diese zwei Darstellungsmöglichkeiten mit den beiden Kreisen sind typische Darstellungsmöglichkeiten aus dem Physikunterricht. Auf diese Art und Weise tut man dort meistens die Richtungen von Vektoren andeuten. Das heißt, wenn man einen Kreis mit einem Punkt hat, dann zeigt dieser Vektor immer aus der Zeichenebene heraus. Und bei einem Kreis mit dem X zeigt der Vektor immer in die Zeichenebene hinein. Und jetzt kümmern wir uns um die erste Teilaufgabe. Also, die Vektoren A und B habe ich bereits abgebildet. Und nicht vergessen, wir haben hier eine völlig andere Perspektive als bei den Grundlagen, die wir vor ein paar Sekunden angeschaut haben. Das heißt, diese Vektoren A und B sind wie aus der Vogelperspektive zu betrachten, also von oben. Das heißt, unser normaler Vektor kann anhand der Lage von A und B entweder auf uns zukommen, also aus der Zeichenebene heraus, oder von uns weggehen, also in die Zeichenebene hineingehen. Und wenn ihr jetzt eure rechte Hand nehmt und der Daumen in Richtung A und der Zeigefinger in Richtung B zeigt, dann merkt ihr, dass der Mittelfinger auf euch zeigt. Das bedeutet, unser normaler Vektor geht hier aus der Zeichenhebene heraus. Bei der zweiten Teilaufgabe ist es nicht viel anders. Die Vektoren sind einfach im Raum ein bisschen verdreht, aber wenn man hier ebenfalls die rechte Hand benutzt, sollte man problemlos nachvollziehen, dass dieser normalen Vektor ebenfalls aus der Zeichenebene heraus geht. Übrigens, wenn ihr Schwierigkeiten habt, das so auf die Schnelle nachzuvollziehen, dann drückt ruhig auf Pause und versucht selbst mit Hilfe dieser drei Finger die Richtung zu entscheiden. Bei der letzten Teilaufgabe, wenn man es auf die gleiche Art und Weise versuchen würde, mit der rechten Hand es anzupassen, würde man merken, dass das nur funktioniert, wenn man die rechte Hand so dreht, dass der Mittelfinger in die Zeichenebene hinein zeigt. Also, auch hier, mit ein bisschen Rumprobieren, könntet ihr problemlos herausfinden, dass diesmal dieser normalen Vektor in die Zeichenebene hineingeht. Einen kleinen Hinweis noch für diejenigen von euch, die Physikunterricht haben. Im Physikunterricht gibt es nicht nur die rechte Handregel, sondern auch die linke Handregel. Und welche Regel man benutzt, hängt immer von dem Vorzeichen der Ladung ab. Und außerdem gibt es zur Mathe noch einen anderen Unterschied. In Physik müssen diese drei Vektoren immer gleichzeitig aufeinander orthogonal sein. In Mathe ist das nicht notwendig. Es spielt keine Rolle, ob zwischen den beiden Vektoren A und B ein 90-Grad-Winkel ist oder nicht. Und zum Schluss noch eine Klausur- oder abiturähnliche Aufgabe. Von vornherein einen kleinen Hinweis. Diese Aufgabe könnt ihr nur dann nachvollziehen, wenn ihr im Unterricht bereits die Koordinatengleichung einer Ebene kennengelernt habt. Also, ich überfliege kurz die Aufgabe und Stellung. Die Gerade G und die Ebene E sind zueinander parallel. Bestimme eine Gerade H, die G orthogonal schneidet und ebenfalls parallel zu E ist. Und ja, die Gerade G und die Ebene E sind natürlich vorgegeben. Auch wenn ihr jetzt auf Pause drückt und nochmal diesen Text beim ersten Mal auf die Schnelle liest, könnte es immer noch verwirrend sein. Und zwar, in solchen Situationen ist es natürlich sehr wichtig, dass man sich das Ganze auch irgendwie bildlich vorstellt. Und die Lösung ist jetzt nicht anzufangen, ein Koordinatsystem, ein dreidimensionales Koordinatsystem zu zeichnen und diese Sachen irgendwie abzubilden. Der Grund dafür ist ganz einfach, die Perspektive könnte so schräg sein, dass man eigentlich das Wesentliche gar nicht erkennen kann. Sondern eher eine ideale Planskizze zu bilden. Also, das heißt, wir haben eine Ebene. Die können wir uns so wie rechts dargestellt vereinfacht als ein Parallogramm vorstellen. Und wir haben die Gerade G, die zu dieser Ebene parallel sein sollte. Das können wir uns als ein Strich in der Landschaft vorstellen. Und jetzt geht es nur darum, sich irgendwie diese neue Gerade H vorzustellen, die orthogonal zu G steht oder G orthogonal schneidet und ebenfalls parallel zu E ist. Also, eine Möglichkeit, sich das Ganze vorzustellen, wäre so. Also, das ist diese Gerade H. Ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen. Man kann es so sehen, dass diese Gerade orthogonal zu G steht oder G orthogonal schneidet. Und man kann sie sich auch so vorstellen, dass sie parallel zu der Ebene E ist. Und wenn wir uns jetzt die Gleichung von H verallgemeinert vorstellen, dann können wir sagen, H Doppelpunkt, Vektor X. Also, um die Gleichung aufzustellen, brauchen wir einen Stützvektor. Den werde ich jetzt klein p nennen. Und natürlich einen Lichtungsvektor. Den werde ich jetzt mit Vektor U bezeichnen. Und diese zwei Vektoren müssen wir irgendwie aus dieser Abbildung sozusagen rausfinden. Fangen wir doch an, indem wir erstmal auswerten, was uns eigentlich die Aufgabenstellung gibt. Und zwar eine Geraden- und eine Ebenengleichung. Die kann man sich auch anhand unserer Planskizze ein bisschen genauer vorstellen. Zum Beispiel, bei der Geraden-Gleichung haben wir vorne einen Stützvektor, das man sich gegebenenfalls auch als Stützpunkt oder als ein fester Punkt p auf der Geraden vorstellen kann. Wieso ich ihn dort ausgewählt habe, erkläre ich gleich. Außerdem gibt es noch diesen Richtungsvektor 1, 2, 3. Und ich glaube, das ist auch keine Schwierigkeit, sich das vorzustellen. Die Ebene befindet sich in der Koordinaten-Gleichung. Deshalb hat man einen Riesenvorteil. Und zwar, man kann den sogenannten normalen Vektor der Ebene ablesen. Dieser normalen Vektor wären einfach die Koeffizienten hier vor x1, x2 und x3. Gut, x3 gibt es nicht, deshalb gibt es die Koordinate 0. Also diesen normalen Vektor könnte ich eigentlich auch hinschreiben. Der hat ja die Koordinaten minus 2, 1 und 0. Und wer diese Koordinaten-Gleichung einer Ebene kennt, weiß, dass dieser normalen Vektor immer senkrecht oder orthogonal zu der Ebene steht. Also hier unten haben wir sozusagen einen 90-Grad-Winkel. Und jetzt kommen wir wieder zu unserer Geraden h. Wie wir bereits erwähnt haben, brauchen wir einen Stützvektor und einen Richtungsvektor. So, wir müssen allerdings auch noch gewährleisten, dass h die Gerade g orthogonal schneidet. Also, das Wort schneidet bedeutet, die brauchen einen gemeinsamen Punkt. Und deshalb habe ich mich hier für Punkt p entschieden. Also, egal wie ihr diese Gerade h nach links und nach rechts gedanklich verschiebt, sie kann immer die Gerade g in ihrem Stützpunkt schneiden. Deshalb benutzen wir praktisch den Stützvektor oder den Stützpunkt der Gerade g auch als Stützpunkt für unsere Gerade h. Also, diesen Punkt p schreibe ich jetzt ausführlich hin. Es ist genau minus 1, 2 und minus 2. Also, damit hätten wir schon einen Punkt, mit dem wir unseren Stützvektor aufstellen und eine Sorge weniger. Das Einzige, was wir noch brauchen, ist jetzt ein Richtungsvektor. Und diesen Richtungsvektor, der Geraden h, tue ich hier darstellen durch diesen Vektor u in unserer Abbildung. Und was euch auf jeden Fall auffallen sollte, ist, dass dieser Vektor u gleichzeitig orthogonal auf die beiden Vektoren r und n ist. Also, dass es auf r orthogonal ist, ist ja schon klar ein Halteabbildung. Aber dieser Vektor u wäre auch gleichzeitig orthogonal zu unserem normalen Vektor. Und spätestens jetzt sollte euch auffallen, dass ihr, um u zu berechnen, das sogenannte Vektorprodukt braucht. Also, als Ansatz könnte ich hinschreiben, Vektor u ist dann entsprechend das Vektorprodukt zwischen normalem Vektor der Ebene und Richtungsvektor r, dieser Geraden g. Okay. Und genau das werden wir jetzt hier kurz an der Seite rechnen. Also, normalen Vektor der Ebene habe ich hier schon hingeschrieben. Minus 2, 1 und 0. Wieder zweimal untereinander schreiben. Und Richtungsvektor der Geraden ist 1, 2, 3. Ich weiß, sehr eifersreich. Also, 1, 2, 3 und 1, 2, 3. Erste und letzte Zeile weg. Und dann fangen wir an, über Kreuz zu multiplizieren. 1 mal 3 ergibt 3. Minus 0 bleibt 3. Dann die nächste Runde, 0 und minus, minus 6 ergibt 6. Und die letzte Runde, minus 4 und minus 1 ergibt minus 5. Also, das hier wäre dann unser Vektor u, beziehungsweise der Richtungsvektor unserer Geraden h. Und den können wir dann zusammen mit unserem Punkt p nutzen, um die Gleichung von h aufzustellen. Entsprechend hätten wir dann p als Orts- oder Stützvektor minus 1, 2, minus 2 plus irgendein Parameter, zum Beispiel s, mal unser Vektor u. 3, 6, minus 5. Und damit wäre die Aufgabe erledigt. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Was ich hier gesehen habe, sind nur die Grundlagen des Vektorsprodukts. Das Vektorprodukt ist sehr vielseitig anwendbar. Unter anderem für die Umformung oder Umwandlung von Ebenengleichungen. Aber auch für Flächenberechnungen bezogen auf Parallelgramme und Dreiecke. Oder Volumenberechnungen von dreiseitigen, vierseitigen Pyramiden. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Aber auch für die Umzeit ist nicht. Aber auch für die Umstände. Oder leisee, vierseitigen Pyramiden. Oder leisee, vierseitigen Pyramiden. Oder leisee, vierseitigen Pyramiden.